Ja, ich habe mich schnell festgelegt. Ich kenne den HSV. Es ist eine gute Mannschaft und ich habe auch einige Spiele gesehen. Und ich glaube, dass es ein gutes Projekt für mich und meine Entwicklung ist. Ja, in erster Linie steht er auch sehr gut für den Weg, den wir eingeschlagen haben mit jungen Spielern erfolgreich weiterzuarbeiten. Er ist uns insbesondere gerade in der letzten Saison extrem aufgefallen, als er schon mit vielen Einsätzen in der ersten französischen Liga für Furore gesorgt hat. Und ja, dann auf einmal ist die Tür aufgegangen. Und wir haben die letzten Wochen sehr hartnäckig darum gekämpft. Ich bin auf der rechten Seite zu Hause. Ich mag es zu attackieren und ich kämpfe immer, wenn ich auf dem Feld stehe. Ja, er ist ein Spieler, der für modernen Fußball steht, der so spielt, wie wir uns das vorstellen können. Der sicherlich auch noch ein bisschen Zeit braucht, um sich einzugewöhnen. Aber ich habe es gerade erwähnt, er ist ein sehr junger Spieler, der schon in einer Profimannschaft im europäischen Fußball gespielt hat. Und ja, es passt sehr gut für die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Ich bin heute angekommen und freue mich jetzt darauf, meine Mitspieler kennenzulernen. Ich will mich hier und in Deutschland schnellstmöglich integrieren.